Bei einem Spaziergang hört man so allerlei, z.B. Vogelgezwitscher. Und das ist für die meisten eine Erholung pur. Es gibt allerdings Menschen, für die auch natürliche Geräusche sind eine völlige Gewalt. Diesem Phänomen sagt man Misophonie. Schalldichtes Arbeiten hinter geschlossenen Türen und Fenstern. Für Rico Hoffmann ist fröhliches Vogelgezwitscher eine Tortur. Denn er leidet an Misophonie, dem Hass auf Geräusche. Die Auswirkung ist grundsätzlich, man kriegt ein Hassgefühl gegen das Geräusch selber. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann von einer sofortigen Wut über einen fast lähmenden inneren Schmerz sein, den man empfindet. Das ist ein sofortiger Fluchtplan, der sich hier in einem generiert. Es ist ganz gewaltig, am liebsten will man fortspringen. Man kann sich nicht dagegen wehren, man kann es nicht abschalten. Es ist einfach da, man kann es nicht verdrängen, das ist ganz verrückt. Die Reaktionen von Betroffenen auf meist völlig unauffällige Geräusche sind heftig und gehen von Türen zuschlagen, über Fäuste an die Wand hämmern bis zu Fenster zertrümmern. Bei mir war es am Anfang relativ konstant auf dem gleichen Geräusch. Es hat sich dann aber in der Pubertät sehr stark verschlimmert. Bei mir ist es nicht nur das Auditive, sondern geht auch über das Visuelle. Es geht sogar über den Hautkontakt, also ich habe auch über die Haut gewisse Reaktionen, über den Geruch. Es hat sich mir also sehr stark ausgebreitet. Es ist nicht bei allen der Fall, aber es gibt eine gewisse Anzahl, einen gewissen Prozentsatz, die das also über mehrere Sinnesorgane dann schlussendlich haben. Misophonie. Kaum bekannt, wenig erforscht. Auch Neuropsychologe Luz Jenke vermutet Zusammenhänge zwischen Pubertät und Misophonie. Was ganz wichtig ist in der Pubertät, verändert sich auch die Reifung des Frontalkortex. Und das ist dieses Hirngebiet hier vorne, dieses Stirnhirn, das Gebiet, was also hinter den Augen lokalisiert ist. Und so kann es sein, dass zum Beispiel ein noch nicht voll ausgereiftes Stirnhirn nicht genug Kraft hat, um die akustischen Reize verarbeiteten Hirngebiete zu hemmen. Sodass dann gerade in der Pubertät die akustischen Reize ungehemmt durchgewunken werden gewissermaßen und sich etwas klarer und deutlicher, effizienter im Gehirn niederlegen können. Und da können dann eben relativ schnell auch Antipathien gegen akustische Reize entstehen. Kauen von Frühstücksflocken oder zu lautes Atmen. Besonders von engsten Angehörigen nicht auszuhalten. Selbstredend, dass diese Krankheit auch auf das Familienleben einschneidende Auswirkungen hat. Also ich würde sagen, in der Familie oder im Zusammenleben allgemein ist es sicher, hat es mit dem Essen zu tun, was das am meisten auftritt. Weil alles andere, sei es jetzt Vögelgezwitscher, dann machen wir das Fenster zu und sei es Parfüm, dann benutzt man es halt nicht mehr oder nicht mehr so stark. Essen muss man und ich bin ein Liebhaber von Salat und das ist dann etwas, was gerne gut geht. Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich eine Partnerin habe, die mich so kennt, die mich auch so kennengelernt hat und das akzeptieren kann und oftmals auch den grossen Menschen aufzuhalten, um mit dem umzugehen. Wenn das nicht so wäre, wäre es wahrscheinlich nicht möglich, eine gute, aktive Beziehung zu führen. Das wäre sehr schwierig. Ich bin sonst schon immer mit den Kindern allein, weil er arbeitet, das ist ja klar. Und dann freue ich mich auf die Wochenende, wo wir als Familie verbringen können. Und wenn er dann schon zur Haustür rauskommt und gerade schon auf den Parkplatz gekehrt macht, dann ist es dann manchmal nicht so lustig. Studien zeigen, dass Misophoniker unbewusst gelernt haben, bestimmte Geräusche mit unangenehmen Beziehungen in Verbindung zu bringen. Und das kann dann natürlich auch zu einem Verstärkungsmechanismus führen. Sie wenden sich den Reizen entweder ab oder wenn sie den nicht sich abwenden können, sind sie dann ständig ausgesetzt. Die konzentrieren sich immer mehr auf die unangenehmen Reize und das unangenehme Gefühl kann dann gewissermaßen nicht entweichen, wird immer verstärkt und so weiter. Und so kann das über Lernmechanismen sich dann gewissermaßen durchaus in das Gehirn eingebrannt haben. Um davon wieder wegzukommen, versuchen Misophoniker den negativen Reiz bewusst an ein angenehmes Gefühl zu koppeln. Doch die Therapie braucht Zeit und gleichzeitig nimmt die Anzahl Störgeräusche mit dem Alter stetig zu. Das ist eine Sache, die wirklich nur schlimmer werden kann. Es kann nicht besser werden im Moment. Man kennt keinen Fall, dass es besser wird im Sinne der Medizin. Lernstehämter Ich schaue sie ein paar Jahre. Ich schaue sie ab. Ich schaue sie ein paar Jahre. Ich schaue sie an. Ich schaue sie ab.